Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games Team. Willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wir gehen mal hier wunderbar raus. Check direkt die nächste Mission. Fish. Who wants fish? Oh, hier geht's gar nicht lang. Oder kann man da hoch? Ja, so ein bisschen. Ah. Ich muss ja erst mal raus. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich dachte, ich wäre irgendwo mitten in der Stadt. Okay. Wo ist mein nächster Auftrag? Ähm... Hm. Ist ja lustig. Wir haben gar keinen nächsten Auftrag. Ah, dann gehen wir hier mindestens den Move holen. Dann bringen wir die Statue wieder zurück. Weg mit dir. Ein Taxi wäre immer mal lieber. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich fahr einfach drauf los. Moment. Moment, Moment, Moment. Einmal drehen. Oh, wenn sie sich denn jetzt anrufen. Nun Bericht. Diese langweilige Musik. Oh ja. Äh, 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 äh. Wow. Okay, 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 okay. Noch ein Stück weiter. Ja, Bing. Dün, 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 dün. Ah, das Motorrad ist ziemlich schnell. Fällt mir ziemlich gut. Oh Gott. Das ist ja nicht für ein Moped. Was bist du bloß damit? Haha. Oh, nur 900 Meter. Über 900 Meter noch. Aber jetzt geht's ab. Hier fahren wir hoch. Boah, das ist ziemlich eng hier. Okay. Gleich machen wir eine radikale Kurve. No. Ich hab nichts gerammt. Bis auf den Zaun hier. Müssen hier reinfahren. Okay. Gucken, welche Statue das ist. Weise Worte. Was möchten wir denn lernen? Das ist eine gute Frage. Hm. Nach einem Sprint-Tackling entwaffnen. Das hört sich ziemlich cool an. Betäubungsfolgeangriff. Dreimal unter meinem letzten Mal halten. Finde ich ziemlich gut. Okay. Wie sehen wir ihn an? Kann ich gar nicht. Oh gut. Hm. Ach, schon beim dritten Mal halten. Alles klar. Halten. Und angriffen. Boah. Okay, das sitzt. Schlag. Schlag. Oh, nee. Komisch zu timen. Halten. Und drauf. Oh. Ohne miss, das ist extrem stark. Ohne miss, die Attacke ist super stark. Boah, genial. Ich hätte ihm sogar mein Motorrad wieder aufgebaut. Okay, können wir vielleicht jemanden anrufen? Das wird Tang. Tang, it's Way. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Way, they picked up the donor tube. It's Calvin. Your friend Calvin. Oh, fuck. They're saying he's in Central. They're already after him. But Way, you can't let him see you. The only way you know he's in trouble is if you're a cop. Na, sicher. Okay, wir haben acht Minuten, ihn zu retten. Eieieiei. Dass ich Tang angerufen hab. Sonst hätten wir das nicht verhindern können. Aber Tang will nicht eher Bescheid besagt. Keine Zeit, keine Zeit. Hier durch. Und aber auf und oba. Noch nirgendswo hängen geblieben. Mal biegen. Oh Gott, das wird jetzt richtig spannend. Okay, das fängt ja gut an. Okay, es sind 700 Meter. Das müssten wir eigentlich in der Zeit schaffen. Wenn ich mal aufhören würde, die ganzen Idioten hier zu rammen. Okay, hier rein, hier rein, hier rein. Auto leck mich. Okay, so schräg in die Kurve. Oh, locker. Wir sind gleich da. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Okay, hier. Hier. Oh, ich hätte ja um die Kurve gemusst. Egal. Laufen wir den Rest. Naja, klasse. Jetzt müssen wir sicher noch hinterher fahren und ich bin zu Fuß unterwegs. Oh, was ein Scheiß. Komm, steig auf, steig auf, steig auf. Komm, 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 komm. Meine Güte. Ich hasse, dass er immer diesen Scheiß-Motor starten muss. Oder soll er schon? Glück gehabt, dass er da drehen muss. Okay, wir müssen das Auto kapern. Boah. Okay, 40 Meter. Den kriegen wir. Voll. Hallo. Hallo. Oh, er hat einen kassiert. Den ausgenockt mit einem Schlag. Okay. Wir müssen aufpassen, dass er nicht aus dem Kofferraum rauskommt. Er darf uns nicht sehen. Jetzt fliegt komplett unsere Tarnung auf. Oh, so weit, so gut. 100 Meter. Irgendwo muss ich hier abbiegen. Okay. Und weg hier. Tank anrufen. Okay, I got him. Pull in, Dr. Sang. You sure? Trasic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Wei? I'm leaving this guy in the parking structure off Kwok Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Nun sieht's aus. Das war... Wow. He's done more than 20 transplants for 18K in the past two years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Und wie seh ich auch so... Oh, sind die von der geile Karre. Wir schnappen uns direkt. Ja, 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 ja. Komm, Punkte, bla, 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 bla. Weitermachen, weitermachen. Okay. Erstmal das Auto schnappen. Was ein geiles Ding. Oh, geht doch gut ab. Schauen wir mal. Nehmen wir noch keinen Auftrag so verfügbar. Rufen wir wieder Ten an. Kann ich gar nicht. Roland. Okay. Dann müssten wir gleich zu ihm. Mission Jackie anrufen. Jackie. Wie geht's? Wait, man. Ich könnte dich telefonieren, Mann. Ich habe etwas, Mann. Das könnte für uns sein. Du hast den Plan, den du sprachst? Ja. Oh, yeah. Burnout. Der Unat. Sogar noch die richtige Richtung. Das hat es Style. Oh, oh, oh. Gott, ich war wie ein Besoffener. Mann, aber sind das immer die... NPCs. Können wir noch für Gegenfarben. Boah. 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 Das ist aber ein weiter Weg. Na gut, wir müssen mal leider fahren. Hätte schließlich gesagt, ich soll ne Karre mitbringen. Boah. Dinge gehen ab wie Sau. Gibt aber schnellere Fahrzeuge, definitiv. Oh, yeah. Immer noch geradeaus, geradeaus, geradeaus. Noch ein Kilometer. Ja, toll. Mal, aber ist es, wenn man so tot, wenn sowas passieren würde? Oh, shit. Ich hätte da nur drauf gemusst. Gibt's hier nicht ne Abkürzung? Ne. Als wir auf die Autobahn. Toll. Nur hab ich den gerammt ab. Geisterfahrer. Okay. Ich würde wirklich sagen, der Soundtrack ist solide. Hätte aber besser sein können. Davon geht's ja alles auf jeden Fall besser. Okay, jetzt hab ich alles mitgenommen. Mann, man verliert die Punkte so schnell, das geht gar nicht. Einmal was gerammt. Fünf weniger. Ihm mal überfahren. 30 weniger. Oh, jetzt hätte ich da abbiegen müssen. Na, komm. Hey, wo ist der Idiot? Da. Okay. Jackie, Jackie, Jackie. Okay. Wir haben ja mal gespannt, was er zu sagen hat. So, wo ist der Plan? Good Stuff. Diamonds. Robies. Could be a good payday. Yeah, could be. Hmm, werden wir sehen. Oh shit! Ich wollte eigentlich abbiegen. Ja, okay, so kann man in einer Konversation auch ausweichen. Einfach mal aus dem Auto fliegen. Das wird so oft passiert. Ich habe das noch nie gehabt. Das ist, warum ich diesen Job will. Low-Key, ein guter Geld. Ich spack die KI wieder rum. Alles klar. Okay. Das kann nur schief gehen. Das ist aus wie ein Hochsicherheitstrakt. Hey, wait. You ever think about what you're going to do after this? Wie ist das Leiden der Reise der Reise? Ich bin gescheid.